League of Legends. Hier, Flash vom Pantheon! Was wird das? Oh mein Gott! Moinsen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bronze Spectate. Der Mundo entscheidet sich langsam für einen 1v1-Fight, lässt seine Wähler noch ein bisschen länger laufen. Da ist der Wolf von der Katharina! Hier, First Blood, äh, Ignite drauf, sie tankt einen Tower, schaut, äh, da kommt noch Minion-Davage drauf, äh, die kommt aber raus, muss leider dafür flashen. Spielt er gerade ein bisschen mit seinem Ding. Da kommt denn, äh, der Mundo wieder auf, die Katharina. Katharina überlauft drauf, First Blood hier von Mundo. Ähm, hier sehr knappes, äh, Ding für den Draven, der sich nicht First Blood sichern konnte. Ähm, das ist echt ein, äh, Ripperino gewesen. Der Mundo aber auch noch totgegangen, auch in Top-Lane. Äh, und der Draven entscheidet sich zu diven, wird es hier ein Fehler sein. Äh, da kommt die Vayne, geht drauf, der, äh, Draven geht auch weiter drauf, äh, flasht sich da auf der Borderline. Geht warte auf den, äh, oh mein Gott, was macht er? Geht weiter drauf, das sollte hier, sehr, sehr klar. Ein Kill für die Vayne, gern. Nein, das wird ein, äh, Kill für Vayne, aber, jetzt können Rollen am Schluss noch auf, äh, 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 lautes Pop da sein Shield. Geht drauf, äh, Glück ist mit denen sind da, sehr gut gemacht, das ist ein Mommal. Äh, Geh weiter drauf, Geh weiter drauf, aber da kommt der Xen, äh, um die Hilfe zu leisten, hat er auch noch eins, wo oben die Roam, wow, was für ein Roaming-Champ ist das denn? Der Mundo weiß, dass er drauf gehen kann mit Ulti, schön, schön, äh, gebetet hier. Wenn der, äh, der Blitzkrank hier noch eine gute Hook landet, könnte es hier was werden, aber was wird das hier? Ja, schönen Hook hier, ähm, da kommt noch der, äh, Sharko holt sich was und der kommt leider Xen, läuft in drei Leute rein, äh, der Blitzkrank holt sich auch noch. Nein, der holt sich sogar in den Tod, das, äh, wäre hier ein schöner, äh, Shutdown von, äh, Sharko geworden. Der Sharko immer noch da, äh, und jetzt auch Shutdown auf der Katharina vom Draven. Der Draven ist fucking gefiedelt mit 4 a 1, holy shit, aber er hat wirklich fast keinen CS. Nein, er geht straight auf die Lane, was macht er da? Einfach los, komm, hau mal wenigstens deine, äh, äh, deine gelbe Karte raus, äh, geht da und der Monat, keine Ulti mehr, sie können ihn easy, da hat ein steiner Flash hier von dem Pantheon einfach wieder raus, damit man diesen Towershot nicht, äh, bekommt noch ein 10 Towershot reinkommt, ähm, beide, alle ziemlich low, das ist ein Kill, der Sharko versucht hier gut zu, äh, äh, entkommen, aber da kommt der Blitzcranks Hook und Kill für den Blitzcrank, nein, für den Sharko schlussendlich, der Xen geht drauf, ähm, das ist ziemlich low, sollte hier Sharko ziemlich respektieren, der Blitzcrank chase da weiter, ich weiß nicht, ob das noch was bringt, komm, eine Hook, eine Auto-Attack, irgendwas sinnvolles, dann wird es fast, sie entscheiden sich lieber auf den Nautilus zu gehen, ähm, was für ein Whip-A-Way-No-Game, hier wird irgendwo hinge, äh, hingechased, schauen wir, ihr geht in die Base, aber es nützt ihm nichts, und hier entscheiden wir sie echt schon, ihr geht für den fucking Inemateur, und unten auf der Botlane waren sie wirklich die Huses, der Nautilus, sollte es hier einfach jetzt tanken und weiter drauf geben, komm, seid keine Pussy, wenn doch in diesem Moment rein, hier wird sich entschieden für Tower-Dive, der Tower ist immer noch da, oh, die Damage von Name Draven ist fucking amazing, äh, der Killer-Number-One geht trotzdem down, ähm, da kommt der Flash von Pantheon auf den Twisted Fate, der Twisted Fate, äh, versucht noch seine gelbe Karte rauszuholen, die Rotation in die Midlane, aber, äh, man muss hier wirklich aufpassen, Vayne und Pantheon Toplane, die werden sehr wahrscheinlich jetzt nur in Tower bekommen, keine ist Top-Seite, äh, da die Katharina geht down, in dem Fall, aber der Tower wird es auf jeden Fall werden, weil Bundes Midlane, äh, sieht jetzt auf jeden Fall, guckt euch die Wischen an, also, äh, Top-Tower down, wirklich, äh, keine Wischen drauf gehabt, ähm, genügend Wischen drauf gehabt, aber nichts, ja, also, äh, blauer Seite sieht's ja echt sehr glorreich aus, äh, sieht so aus, als würde man hier sich für den Dragon erscheinen, der ist, äh, der zweite Dragon wäre das für Team Blau, aber der kommt rein, äh, oh mein God, oh mein God, was war das gerade, schauen wir uns das noch mal an, ein fucking, äh, engage von der Katharina, die haut hier die Damage drauf, auf dem Flash Team kriegt trotzdem noch den Dragon, oh mein God, einfach nur eine Taste drücken, was, was hat der da gerade gemacht? Okay, gucken wir mal, gucken wir mal, was hier war, so, oh, was machen wir jetzt? Okay, gucken wir mal im Web irgendwas an, ach, äh, äh, was soll denn auch passieren? Da, der Sau denkt sich in diesem Fall, okay, springen wir mal lieber drauf, gleich zu Anfang, ähm, eine Q, zwei Q, da kommen die Katha wahrscheinlich gleich noch rein, sie kommt nicht ganz doch, sie kommt drüber, äh, der Knock-Up darf und Shutdown von der Katharina, äh, das ist nicht das, was man im Moment tun sollte, irgendwo AFK zu stehen, vielleicht hat er auch ein DC gehabt, das ist nicht das, was man macht, das ist wirklich einfach nur unfair, äh, so ein AFK-Oller da zu machen. Flash, Robin, sit down! Was ist der Bild? Was ist das für ein fucking Bild, du hast ein Wellex Shield? Du hast ein fucking Wellex Shield als Jungler gekauft? Und, ähm, bedenkt Leute, man spielt in League of Legends, hier, Flash vom Pantheon, was wird das? Oh mein Gott, wo sollt ihr dieser Flash hingehen? Was wird das für ein TP jetzt auf die Lanes? Insofern verliert er ziemlich viel. Kommt hier noch rein, sie holen sich hier einen Kill, hier holen sich noch einen Kill, der Mundo könnte sogar wegkommen, äh, lasst es sich kommen, drei Leuten lässt er sich chasen, so, äh, überlebt noch die schöne Lidsbang, der Shaco überlebt noch, kann hier weggehen, ähm, somit ein Fail von 2 zu 1? Ja, gar nicht so schlecht. Moment mal! Mo- Moment mal! Ich guck viel zu wenig auf die fucking Items! Er hat... Doppel! Doppel! Platz ist der absolut worst! Es sieht so aus, als würde man hier einen, äh, Deathbush wagen, äh, sie haben keine Vision drauf, doch jetzt ist die Vision drauf gewesen, äh, da ist die Cutter, ähm, wir sehen hier eine Engage vom Nautilus, äh, alles mal schön in Slow-Motion! Der Mundo hier von hinten, jetzt schon zwei Seiten, aber guckt euch die Vein-Damage an, die ist einfach fucking real! Äh, ich weiß nicht warum der Junge eine 25% Win-Wand hat... Ah, da steht, Moment mal! Er hat, ähm, eine 7-12 und dann eine 30-Farm, ich kann's glaub ich schon verstehen, das ist schon ein ziemliches Poker-Game hier, hier, äh, da wird ein ziemlicher Mammut-Fight, Mundo gegen den Cutter gemacht, ähm, wo ist deine Ulti, Mundo? Äh, hol sie raus und fight gegen den fucking, äh, fucking Pantion! Hier wird ein One-Wand-Wand getradet, äh, und schlussendlich gewinnt es die Vein, äh, da kommt die Ulti von! Und hier wird weiter versucht, Chasen-Meal! Sollte Tower jetzt down gehen, äh, schöner Live hier vom Nautilus, er kann, guckt euch an, wie viel Leben da hat, der, der tankt das schon seit paar Sekunden, und, äh, trotzdem passiert hier mit deinem Leben nichts, ich mein, mittlerweile hat er ein vierter Leben verloren, sie haben, äh, drei Leute damit gekehlt, äh, können somit den Tower down kriegen, äh, das wird hier noch ein Inhebetour geben, äh, das könnte hier schon das Game werden, nein, da kommt der, der Draven könnte hier noch was clean-upen, ähm, das sieht immer so aus, als würde er gut machen, aber er tankt den, er fokuss den fucking Nautilus, äh, der so tankig ist, dass es einfach fucking useless ist, ähm, es könnte hier ein schnelles Ende jetzt geben, wenn hier Vision auf jeden Fall da ist, ähm, oder zumindest die Vermutung an dem Ganzen, der Flash hier auf den Charcore, somit, äh, kann es hier kann werden, äh, die Cutter holt sich hier einen Key sicherlich, äh, oder der Pantheon Flash, Flash, ähm, und, äh, Cutter wieder drauf, wird hier wahrscheinlich auch noch den Blitzkorn rausbekommen, Punkt vom, äh, Blitzkorn, der wusste so, dass er down ist, was sie jetzt machen, werden sie jetzt mal einen Baron kochen, da unten ist noch der Mundo, ähm, er ist zwar super tankig, wird da aber auch nicht rauskommen, ähm, und, ähm, das sollte jetzt hier aber mal ein Baron für das Team, und, ähm, was werden sie daraus machen, sehr wahrscheinlich, doch, das sieht nach dem Game aus, und, äh, ich gehe jetzt das Ende, kommt nochmal mit Patreon-Ulti raus, einfach aus, Tschüss, Respekt, das war das Game, aber 14 Minuten, 12 Sekunden, und somit war's das dann auch schon mit diesem Bronx-Respectate, ich glaube nicht noch länger rum, und damit bleibt mir auch nur zu sagen, Bronx-Respectate ist immer noch Chefsdach, bis zum nächsten Mal, tschüss.